ähm ich glaube hier war ich noch nicht fertig ach da ach ja ach ja ach ja da war ich fertig da noch nicht gut gehen wir erstmal hier lang weil ich weiß dass ich dort das letzte mal wieder rausgekommen bin es gibt noch eine Menge hier zu erkunden also es könnte vielleicht einige Folgen lang dauern ich glaube ich hier mal einen Mionensamen gefunden ich glaube das ist auch das einzige Item was man nicht außerhalb von diesen Minen hier finden kann deswegen war es mir so wichtig auch weil ich halt ähm man sieht dass ich hier war dass ich hier war ja ähm hier sieht man dass ich noch nicht hier war und hier war ich oh Gott so äh ich würde jetzt am liebsten eine Umfrage starten wohin soll ich gehen ähm ja da könnte ich mich eigentlich durchbohren aber ich hab keinen Bock drauf einfach irgendwas neues zu finden hier war nichts weiter bevor ich jetzt äh bevor ich jetzt einfach so sinnlos in der Gegend rum stehe mal nicht umlunsten äh 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 reicht das? egal ähm Fackel vorsichtig hier lang schleichen hier ist nichts nichts und es ist nichts von Wichtigkeit das zufällige gespawnte ist manchmal echt nervend gut das heißt an sich können wir dann hier zumachen 1,2,3 bräuchte ich 1 ja ähm bauen wir einfach hier aus der Wand ab ah so schon wo er ich wusste es ähm hier war ja ach ja äh hier oben war ich auch noch na gut ähm da ich das hier noch nicht versiegelt hatte gehe ich mal von aus dass ich hier noch nicht dass hier noch irgendetwas ist was ich noch nicht ähm richtig durchsucht habe stimmt da bin ich hier runter gegangen und wo komme ich hier jetzt wieder raus hier war ich auf jeden Fall schon ah gut hier ist eine Sackgasse wollen wir das auch ähm Kohle Kohle ist immer gut auch wenn ich mittlerweile schon damit kotzen könnte so viel ist das äh egal bauen wir trotzdem ab es ist halt einfach ein Rohstoff der vielleicht mal ausgehen könnte wenn wir nicht aufpassen ne ich hätte mir echt noch Koppelstor mitnehmen sollen oder Dirt oder irgendetwas das ist halt Dirt dahinter war nix dahinter ist auch nix gut gut ähm können wir auch hier mal abbauen so versiegelt da kommt nix mehr durch hier ist auch nix nix ist hier ja da können wir einfach hier zwei machen zwei 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 ist gut ähm da merkt man schon wieder omegasche Intelligenz so versiegelt jetzt gehen wir hier runter und da ist auch noch was und hier ist auch noch was ach schön herrlich ähm was ist immer das soll ah ok gut ähm hier ist nix mehr ich glaub ich wollte dich hier versiegeln oder so machen wir mal ja sicher ist sicher wenn ich das war wieder irgendwo langlaufen wo wir nicht sollen man weiß ja nie ich bin nicht der fan davon dass ich überall wirklich rumlaufe und und nix hier reißen wir mal den Stein raus oh wo ist dort Lava schön ähm kommen wir hier hin hier ist nix hier ist nix Fackel und umlunzen nix hier noch mehr Lava wo zum Henker bin ich jetzt schon wieder ich mein ja ich war ich war hier schon mal oh Gott ja jetzt weiß ich wieder ähm hier wird grad sagen schwimmen wir da hoch aber ist da glaub ich nicht so vorteilhaft äh äh Moment ich glaub ich weiß was da hinten ist ja ja wir sind einmal rundherum gelaufen äh hervorragend sag ich nur dazu hervorragend äh das ist wieder eine Meisterleistung meinerseits zwei zwei drei vier fünf gib her das Zeug dann halt nicht oh 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 Gott, oh Gott. Aber von da gekommen, dann mache ich hier mal die Laterne hin. Ah, Laterne. Mir fehlen echt die Worte. Na gut, immerhin. Wissen wir, dass wir dann, wenn wir da hinten wieder sind, nicht mehr durch müssen. Schon mal vorteilhaft, Alter. Ähm, dieses Wasser will ich dann auch noch mal stoppen. Nein. Nein. Gut, von wo sind wir jetzt noch mal genau gekommen? Von da? Das ist rechts. Von hier nicht. Von hier. Wie mir scheint. Ja, genau. Von hier sind wir gekommen. Das sagt auch die rechte Fackel hier. Gut, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Hier hin. Nehmen wir mal das hier wieder mit, damit wir wissen, da nicht. Oh Gott, ich sollte mir irgendwie so eine Karte mit anfertigen oder so. Übersehen, weil da ist nichts mehr. Hier ist Eisen. Das hat man immer gebrauchen. Hier ist dieser Lava-See. Oder dieser Lava-Ding da. Gut, das heißt, hier machen wir dann einfach mal zu. Machen wir zu. Was ist hier? Schon wieder. Da hinten ist irgendetwas. Aber ich erkenne nicht, was es ist. Es ist Cobblestone. Ich war hier mal. Ich habe mich mal wahrscheinlich durchgebohrt. Ähm. Böse. Hinfort. Ich mag euch nicht. Ähm. Ähm. Ja. Na gut, fließt davon. Ich mag das. Das ist toll. Ich bohr irgendwo etwas an. Es fließt was durch. Ähm. Hilft mir nochmal kurz. Wo wollte ich denn... Ach, ja. Aber da auch noch zu dem Lava-Ding kommen. Wir können... Wollte ich den hier... Den hier zumachen. Da sehen wir, da ist zu. Von hier sind wir dann gekommen. Gut. Können wir hier in Ruhe erkunden. Wenn ich eigentlich wenig Lust dazu jetzt habe. Ja, ja. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Hier sehen wir. Oh. Ähm. Nichts mehr. Gut. Nein. Ich mag dich nicht. Ich hau dich ab. Äh. Hack dich ab. Hier versiegeln wir mal. Auch wenn ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr bauen müsste. Ich hab echt nichts mehr zu sagen. Am besten fahle ich gleich noch ins Lava. Dann wird alles perfekt. Oder so. Oder so. Hier nochmal. Und da nochmal. Oh. Rails. Sehr schön. Da nochmal eine Fackel. Nein. Gut. Hier ist zu Ende. Also wenn man was bestimmtes sucht. Und. An sich ist es. Hallo. Ach. Gut. Gut. Dann gehen wir jetzt nächste da runter. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Achso. Äh. Wenn man irgendwas bestimmtes sucht. Und man findet nichts. Findet nichts. Findet nichts. Verliert man irgendwann die Lust. Gut. Das ist ja. Äh. Verständlich. Aber. Was auch noch sein kann. Ist. Wenn man halt einfach nur. So. Just for fun. Runter geht. Und man immer wieder neue Gänge findet. Das. Irgendwann fehlt man halt einfach die Lust. Das kommt einem auch bekannt vor. Zumindest sieht es so aus als wären wir. Zumindest sieht es so aus als wären wir schon mal hier gewesen. Verpiss nicht. Verpiss nicht. Verpiss nicht. Verpiss nicht. Verpiss nicht. Verpiss nicht. Alter Schwede war das grad. Äh. Ne. Himmel. Mir ist mein Herz stehen geblieben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin fort mit. Hier. Ich mag dich nicht. Genauso wie dein Kollegen da. Ich kriege Aggressionen bei. Aber wo bin ich hier? Äh. Da geht's zurück. Aber wo genau hin? Crafting Table. Ah. Ich bin schon wieder verwirrt. Wo müssen wir nochmal zurück? Da ist ein Zombie. Sieht er uns? Nein. Soll auch so bleiben. Der ist von oben runtergekommen, ne? Aber wieso? Hier ist doch alles. Hier sind wir. Warum muss es eigentlich... Wo sind wir? Von da sind wir gekommen. Oder oder? Bis zum nächsten Mal.